Hallo und herzlich willkommen. Neue Woche, neue Episode hier zum Montag. Herzlich willkommen alle zusammen. Wir haben jetzt hier Stand 18.21 Uhr, der 17. Juni, meine Geburtstagswoche. Das soll jetzt nichts heißen, aber ich habe diese Woche im Laufe der Woche noch Geburtstag. Und ich sehe da hinten auf dem Tisch, auf unserem Konferenztisch, 1, 2, 3, 4, 5 Geschenke. Das ist wahrscheinlich wieder maßlos übertrieben. Genau, also soviel dazu. Herzlich willkommen. Die Jenny hat gerade eben mir ins Ohr geflüstert. Sie hat ein Thema, über das wir heute sprechen müssen. Finde ich wichtig und richtig, genau wie letzte Woche das Montagsthema. Vibes, auf Neudeutsch, oder einfach Schwingungen, Stimmungen, Stimmung generell. Fröhlich, Happiness, keine Ahnung. Ich sehe, meine Frisur ist viel zu viel. Aber ich muss auch nochmal kurz hier sagen, ich weiß nicht, wir haben viel zu tun diese Woche. Es ist viel zu tun, die Bude muss aufgeräumt werden. Die Festivität, wo es stattfinden soll, fährt auf unserer Balkon statt. Es ist ja fast 13 Meter lang, also es ist genug Platz, aber da muss auch wieder hergerichtet werden. Es müssen ein Bierbink hochgeholt werden. Wir müssen uns so generell noch vloggen. Wir müssen uns um den Opa kümmern, wir müssen uns um uns selbst kümmern, um diesen Podcast und, und. Wir haben ja auch noch Sachen zu tun. Also die Woche ist vollgepackt und deswegen gibt es hier wahrscheinlich schon heute auch nur eine kurze Nummer. Aber was hast du dir gedacht, was hast du überlegt? Können wir mal bitte über mein Glow sprechen? Ja, der wird von Woche zu Woche einfach besser. Ich will das auch mal so sagen, diese Influenza. Nee, Quatsch. Ich nehme jetzt seit einem Monat unser Marine-Kollagen und muss sagen, ich bin hoch begeistert. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber ich hätte es nicht für möglich gehalten. Deswegen muss ich nochmal erwähnen, was für ein Glow entstanden ist und wie sich meine Hautstruktur verändert und vor allem verbessert hat. Ich meine, ja, die meisten sagen immer, was ja auch richtig ist, ich habe asiatische Haut. Asiaten haben eh eine schönere Haut, eine reinere Haut, keine Falten, dies, das, Ananas. Aber Leute, nochmal so eine Verbesserung. Also ich bin echt hoch begeistert. Kauft euch Marine-Kollagen. Auf jeden Fall müsste ich an den nächsten Abend mit einsteigen, weil Kollagen ist ja nicht nur das Äußerliche. Das hilft ja auch enorm viel von innen. Aber was jetzt auch nochmal kurz aufs Tapet bringen will. Gestern die Veranstaltung war echt gut. Wir haben ein paar Gedanken so drüber gemacht, wie die Präsentationen waren, die wir gehalten haben. Auch die Location an sich. Ich kann nur sagen, nächste... Seid dabei, 24.8. 24.8. Nächste Edition in Bad Dürkheim. Wieder im Kurhaus, würde ich sagen. Im Kurparkhotel. Ja, da ist auch die ansässige Spielbank mit enthalten. Aber da treffen wir uns nicht. Da haben wir wieder einen tollen Tag. Ein paar Stunden Präsentation. Ein paar Stunden dies, das. Kommt mit, seid dabei. Und genießt einen tollen Vibe. Genau, tolle Vibes. Negative Vibes, positive Vibes. Und da muss ich... Gibt es nicht. Es gibt nur Positivität. Aber da muss ich mal kurz direkt reingrätschen. Es läuft ja aktuell die Fußball-EM hier in Deutschland, in Europa, Zentraleuropa 2024. Und wir haben ja für das Auto, haben wir solche Wimpel. Die kannst du draußen ans Fenster machen. Und dann weht diese Fahne. Da haben wir so kroatische Fahnen. Haben wir links und rechts, also habe ich links und rechts ans Auto geklemmt, ans Fenster. War dann beim ortsansässigen Rewe einkaufen. Und dann kam ein Handwerker vorbei und der hatte richtig Bad Vibes, was mich angeht. Er hat den Kopf geschüttelt mit seinen Bad Vibes. So auf die Art, was hast du denn da für Fahnen aufgespannt auf deinem Auto oder an deinem Auto. Und ich denke mir nur, behaltet doch eure... Sorry, ich muss es rausschneiden. Laune für euch. Ich habe euch nichts gemacht. Jeder kann seine Fahne raushängen, wie er will. Das ist mir egal. Und nicht nur im Schrebergarten. Im Schrebergartenverein, wo man dann laufend seine Fahne hießen kann. Was weiß ich nicht. Macht sie, holt sie raus, wann ihr wollt. Aber haltet eure schlechte Laune für euch. Genauso wie ihr eure schlechte Laune in den Kommentaren bei euch behalten könnt. Ich habe da gar keinen Zugang dafür. Klar, ich habe auch manchmal schlechte Laune. Aber ich will ja keine schlechte Laune verbreiten. Also ich persönlich muss sagen, ich finde diese EM sollte wahrscheinlich... Also ja, böse Zungen würden es sagen. Man macht solche Veranstaltungen einfach um... Ja, also früher in Rom hat man die Gladiatorin mit Gold behängt und hat da total viele Kämpfe gemacht, um einfach für gute Stimmung zu sorgen und von den Problemen des Landes abzulenken. Ob man das jetzt so sehen will oder nicht, muss man jetzt auch nicht überspitzt sehen. Generell ist ja sowieso alle zwei Jahre EM und eigentlich... Sollte es ja wirklich für gute Laune sorgen. Aber ich habe so das Gefühl, durch dieses Thema Wahlen und diese ganzen Dinge, die in Deutschland passiert sind, hat die EM einfach nur einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sogar keinen Bock da drauf. Allein, wenn ich mir angucke. Also eigentlich soll es doch bei der EM wirklich um gute Laune gehen, um ein gemeinsames Miteinander, um Party, Spaß, keine Ahnung, Feierei, Huperei. Aber gefühlt, und ihr wisst, ich gucke gar keinen Fernseher, aber jedes Mal, wenn ich irgendwas über die EM höre, dann höre ich, dass irgendwelche Anschläge waren, dass irgendwelche Fangruppen sich daneben benommen haben, dass diskutiert wird, ob die Deutschen ihre Flagge raushängen dürfen. Wieso nicht? Also was für eine Diskussion ist es überhaupt, dass egal, wer, sage ich mal, seine Flagge raushängen darf. Also was soll das überhaupt bedeuten? Ja, also keine Ahnung. Jeder hat doch das Recht, Fan von der Mannschaft zu sein, die er will. Ob das jetzt die Türkei ist, ob das jetzt Italien ist, ob das Kroatien ist, ob das Deutschland ist, ob das weiß der Kuckuck was ist. Es hat doch jeder das Recht, selber zu entscheiden, welcher Mannschaft er beifiebert. Und dann kann doch auch jeder die Flagge dazu rausholen und kann feiern. Also ich verstehe dieses Ganze. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin übelst enttäuscht. Ich war früher, also ich bin kein Fußballfan, aber ich mochte immer WM und EM, weil ich immer so mochte die Stimmung und dass alle auf die Straße gehen und miteinander feiern und dass gehupt wird und die Fahnen geschwungen werden, ohne dumm Geschwätz. Und jetzt sehe ich überall einfach nur Diskussionen darüber, ob die deutsche Flagge geschwungen werden darf oder nicht. Ob welche Flagge geschwungen wird, ja, dann wiederum, wie Dommer sagt, ja, die Deutschen, sage ich mal, also wobei ich das jetzt nicht so, sagt man, so kategorisieren möchte, regen sich dann darüber auf, dass ein Italiener oder ein Kroate seine Flagge schwingt. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr Deutsche im Ausland, wenn ihr gerade am Ballermann in Malle seid, dann schwingt ihr auch keine spanische Fahne, sondern dann schwingt ihr die deutsche Fahne. Also diese Diskussion ist total daneben. Egal in welchem Land ich lebe, ich habe meine Wurzeln und dann habe ich Recht dafür, für das Land zu sein, wo ich herkomme und einfach ein true Fan zu sein. Ich bin hier geboren, natürlich bin ich für Deutschland, um Gottes Willen, ja. Also ich war schon immer für Deutschland, aber natürlich bin ich auch für Kroatien. Mein Mann ist Kroate, ich liebe Kroatien als Land, warum nicht? Aber soll ich euch was sagen? Ich bin auch für Italien. Meine beste Freundin ist Italienerin. Ich war schon als Kind immer in Italien und natürlich freue ich mich auch für die Italiener. Also was soll das? Ich freue mich sogar für die Türken. Ey, die Turans sind Türken und ich habe schon immer mit denen zu tun und ganz ehrlich, wenn die Türken spielen und gewinnen, würde ich mit denen genauso feiern gehen wie mit jedem anderen auch. Das sind doch meine Freunde, die ich seit Jahrzehnten kenne und dann freut man sich doch mit denen. natürlich, wenn jetzt sage ich mal, keine Ahnung, Italien gegen Deutschland spielt, dann muss man sich entscheiden, für was ist man jetzt. Aber letzten Endes, ganz ehrlich, die Joe und ich, natürlich war ich für Deutschland, die Joe für Italien, aber letzten Endes gab es ja auch schon oft in der Vergangenheit, sind wir dann für das Land hupen gegangen, was gewonnen hat und es war total egal, Hauptsache wir hatten Spaß. Also was sollen diese Vibes, oder? Ja, und auch in dem Zusammenhang jetzt mit der Fußball-WM war ja vor ein paar Wochen, ich habe jetzt kein Datum mir irgendwo niedergeschrieben, mir wurde ja auch nur ein Videoschnipsel zugespielt, wo dann bei Welt oder NTV, also in einem Newscenter, war ja dieses Interview mit der jungen Dame, die das ganze Konstrukt hinterfragt hat, ja, Konstrukt Flaggen, beziehungsweise, ich würde ja hier nichts wieder aus dem Zusammenhang reißen oder sowas, die nicht versteht, warum da Flaggen geschwungen werden, warum muss es denn diese sein, diese deutsche Mannschaft, dass man das nicht irgendwie eine neutrale Flagge benutzen könnte, eine nichts aussagende Flagge, da hat der Moderator auch eingekrätscht, weil er auch selbst stolz ist auf die Flagge und auf sein Land und Millionen anderer Menschen auch, deswegen wird auch so agiert und gehandhabt und das ist auch der ausschlaggebende Punkt, da kommt irgend so ein New Age Kack, für was wird es in Frage gestellt, vor einigen Jahren war ja auch doch, anstatt die Nationalmannschaft, hieß es nur noch die Mannschaft, so ein Schwachsinn, da haben sie es national rausgenommen, ja, laufend muss man sich rechtfertigen, ob man jetzt links oder rechts ist, irgendein Kack, das sind die Leute gar nicht, ja, ich weiß auch gar nicht, was man den Leuten hier aufdiktieren will, was sie sind und was sie halt eben nicht sind, also... Ja, ganz ehrlich, wo ist denn der Mensch geblieben? Also, es ist doch sowas von scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, wo der oder wer herkommt, was ist denn mit dem Mensch an sich? Das ist doch mir sowas von egal, wo jemand herkommt, mir geht es doch darum, was hat derjenige im Kopf, was hat er im Herz, was ist es für ein Typ, ist es ein korrekter Typ und ich sage euch ganz ehrlich, mir geht es auch darum, was vermittelt mir jemand für einen Vibe, weil ich habe keinen Bock auf Menschen, die eine schlechte, negative, stinkige Stimmung verbreiten, weil die machen mich krank und ich meine es so, wie ich das sage, die verpesten die Luft, die verpesten den Lebensraum und die machen andere Menschen mit ihrer negativen Energie krank. Um Gottes Willen, es gibt genug Menschen, Gott sei Dank, die Energiearbeit betreiben, also die wirklich sich darum kümmern, was mit Aura zu tun hat, Chakren, mit Reiki, mit sonst was oder die generell an Energie einfach glauben, man muss da gar nicht esoterisch sein und die dagegen wirklich ihren Schutz haben und die da einfach, sage ich mal, gewappnet sind dagegen, aber diese Bad Vibes werden einfach immer schlimmer und es ist ehrlich gesagt nicht mehr auszuhalten und ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden ja beide oft gefragt, warum wir uns nirgends blicken lassen, warum wir nirgends hingehen, warum wir sehr präsent im Internet sind. Ihr seid doch voll die Opfer an der Hand. Gefühlt kennt uns ja fast jeder oder denkt, er kennt uns, weil er viel bei uns bei Social Media seht. Ich sage euch ganz ehrlich was, wir gehen nirgends hin. Ich gehe, ich glaube, ich war schon zwei oder drei Wochen nicht mehr einkaufen, das hat er doch mal gemacht. Bad Face. Aber trotzdem spüre ich diesen Vibe und das ist doch krank, oder? Das ist doch krank, dass ich alleine über Social Media, was ich ja beruflich bin auf Social Media unterwegs, oder über, keine Ahnung, Fernsehen, wie gesagt, gucke ich gar nicht, aber es ist doch krank, dass ich alleine durch diese wenigen sozialen Kontakte, die ich habe, diesen Bad Vibe spüre. Das ist schon krass. Ja, und ganz kurz auch nochmal zum Thema Handwerker, der mich dann so im Blick will. Meine Reaktion, meine Reaktion darauf, auf dem Parkplatz habe ich jetzt nichts gemacht, aber ich bin heimgefahren und habe eine Kroatien-Flagge aus dem Fenster gehangen. dann kann sich jeder darüber aufregen, der vorbeifährt. Aber alle fahren so nach Kroatien in den Urlaub, leckt mich am Arsch. Ja, und alle finden so den Bojo, den Bojo lustig, der kein Stress-Bojo, der den deutschen Chef beleidigt, den finden sie dann alle lustig, der ist ja sympathisch. Bei dem haben wir auch schon eine Rakia, eine Lose oder einen Schlieberwitz getrunken. Das ist ja auch okay, in Kroatien ist schön. Das ist ja dann alles lustig und alles pipapo. Ganz ehrlich, du sagst ja, Energie arbeiten sowas, die sich dann quasi schützen wollen vor sowas. Ich bin der Meinung, die Leute sollten sich einfach um sich selbst kümmern. Ja, definitiv. Da musst du, wie du sagst, esoterisch werden. Bleib doch mit deiner Scheiße bei dir, dann ist doch alles in Ordnung und wen willst du für blöd verkaufen? Wenn du einen schlechten Tag hattest, ich kenne dich nicht auf dem Parkplatz. Was hast du für einen Bezug zu der Fahne? Hätte ich da, keine Ahnung, hätte ich da jetzt so eine Reißflagge hinhängen sollen, deiner Meinung nach? Oder wäre das jetzt für dich angenehmer gewesen, das zu sehen? Also, bleib mit deiner Unfreundlichkeit bei dir und gut ist. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen und der Grund wirklich dafür, dass ich persönlich nirgends hingehe, ist einfach, dass ich diese seit Jahren, das ist nicht erst seit jetzt, ist seit Jahren diese angespannte, negative Energie, egal ob man auf ein Weinfest geht, ob man auf eine Party geht, ob man auf keine Ahnung, wohin geht, selbst einkaufen, ja, also selbst wenn man einkaufen geht, finde ich, man spürt diesen genervten, negativen Vibe. Und ich sage euch so, wie es ist, ich habe keinerlei Lust, dass ich drei Stunden Spaß hatte auf einem Weinfest, aber einfach Angst haben muss, dass irgendwo etwas eskaliert. Und ich will das jetzt gar nicht sagen, welche Gruppierung das ist, die da eskaliert. Ich finde das alles auch nicht gut, ja, ich finde es auch nicht gut, dass Leute abgestochen werden und sonst was, um Gottes Willen, ja. Und mir gefällt diese ganze Migrationspolitik auch überhaupt gar nicht. Und natürlich ist es mit dem Grund, dass ich nirgends mehr hingehen möchte, weil man einfach nicht mehr mit Ruhe und es ist einfach so und schon gar nicht als Frau irgendwo hingehen kann, durch die ganzen Dinge, die man vielleicht auch selbst erlebt hat. Und ich sage euch was, ich war lange Jahre in Gera und ich habe es selber erlebt, schon vor drei, vier Jahren, was da los ist, ne, und wie die Gruppierungen da einkaufen gehen und wie man da wirklich als Frau dumm angepöbelt wird. Dafür musste es nicht erst 2024 werden. Das mag ich nicht, aber ich mag auch diese Aggressivität, sage ich mal, unter den Einheimischen nicht. Und unter Einheimisch meine ich nicht nur die reinrassigen Deutschen, ich nenne es jetzt einfach mal so, sondern auch alle, die wir hier schon geboren sind und hier leben, egal welche ethnische Herkunft wir haben, da ist einfach auch so eine Grund, Unzufriedenheit und Aggressivität. Ich mag das nicht, weil es ist für mich wie ein drodelnder Vulkan und ich habe keinen Bock, wenn dieser Vulkan ausbricht, in der Mitte zu stehen. Ich war schon vor vielen, vielen Jahren, vor Jahrzehnten auf Demos unterwegs und ich muss euch sagen, es ist nicht schön, wenn man, sage ich mal, auf der Straße steht und will hier friedlich für etwas demonstrieren und ist dann plötzlich in einem Pulk, wo es losgeht, wo losgeprügelt wird und sonst was ist nicht schön. Kann ich euch sagen, habe ich alles schon erlebt. Deswegen halte ich mich von solchen Dingen einfach gerne fern, weil ich das nicht ertrage und weil ich einfach keine Lust habe, wie gesagt, mich selber zu gefährden wegen solchen Dingen. Das ist meine persönliche Meinung und das kann ich sehen, wie ich will. Klar, die Agi zum Beispiel hat ja auch letzte Woche beim Podcast gesagt, man soll sich davon nicht einschüchtern lassen, man soll sein Ding machen, da hat sie auch recht, aber den Mut dazu muss man halt auch haben und vielleicht bin ich dann auch eher der ängstliche Typ, ich weiß es nicht, aber ich finde die Dinge bedenklich. Ich fahre auch schon seit Jahrzehnten keine öffentlichen Verkehrsmittel, nicht weil ich so faul bin oder so, sondern weil ich schon seit Jahrzehnten davor einfach, ich habe da kein gutes Gefühl und wenn ich bei Dingen kein gutes Gefühl habe, dann bleibe ich lieber zu Hause und lasse es lieber. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ich will euch was dazu sagen. Das Lustige ist ja, wenn man dann aber auf eine Veranstaltung geht und ich gehe ja trotzdem auf Veranstaltungen, weil ich gehe auf die Veranstaltung zum Beispiel unserer Partnerfirma und in Innsbruck, zum Beispiel beim Kick-Off, könnt ihr euch gerne angucken jetzt, wo wir waren. Da waren, wie viele Menschen waren da? 2000? Da gab es keine Security in dem Sinne, ja. Da kommen 2000 Menschen hin, die haben alle einen richtig geilen Vibe. Die haben Bock, die haben Spaß, die lachen, die sind positiv, die stehen auf Stühlen, die feiern sich, die feiern ihr Leben, die feiern ihre Ziele und die feiern ihren verdammten Gehaltscheck, der im fünfstelligen Bereich ist. Und dann muss man sich anhören, das ist doch Sekte, was ist das für eine Sekte hier? Jetzt gehe ich mal weg von unserer Partnerfirma. Ich war jetzt zweimal dieses Jahr schon bei Tobias Beck. Auch bei Tobias Beck waren zwischen 500 und 1000 Menschen bei der Veranstaltung. Auch da gab es so gut wie keine Security. Da waren wildfremde Menschen zusammen, die sich zusammengefunden haben. Wirklich, der hat eine richtig geile Show hingelegt vor 90 Minuten. Ich habe mit einer wildfremden Frau mich an den Händen gefasst, ja, sage ich mal, und die Energie gespürt, also solche Dinge. Und es war eine richtig, richtig geile Stimmung. Und da war von Aggressivität nichts zu sehen. Da waren allerlei Nationen, also wirklich allerlei Hautfarbe-Typen, nenne ich es jetzt mal, die friedlich zusammen einfach auch ihren Unmut geäußert haben. Aber ihren Unmut positiv geäußert haben. Und geäußert haben nämlich nicht nur ihren Unmut, sondern was wollen sie tun, um etwas zu ändern. Da waren Menschen, die einfach gesagt haben, sie haben zum Beispiel keinen Bock mehr auf dieses Schulsystem und sie sind Lehrer und sie möchten da etwas verändern. Also wie geil ist denn das bitte? Und wenn solche Dinge passieren, wenn Menschen in solchen Räumen zusammenkommen, dann wird immer gleich geschrien, das ist ja komisch, das ist ja fragwürdig, das ist eine Sekte, das ist dies, das ist das. Leute, zu einer Sekte, also bitte googelt mal Definition Sekte. Eine Sekte kostet euch immer Geld. Da bringt ihr immer Geld mit hin, das muss ja irgendwie auch finanziert werden. Also weder muss ich bei einem Tobias Beckengold-Koffer mitbringen, da ist es einfach nur eine Veranstaltung, wo er motiviert und Techniken zeigt, wie man einfach seine Persönlichkeit entwickeln kann. Also Moment, bei einer Sekte hat es immer einen religiösen Aspekt, egal in welcher Richtung. Das hat jetzt auch erstmal nichts mit Geld zu tun, sondern vielmehr wird irgendwas Zentrales angebetet. Das ist so der Tonus. Und auch bei uns, bei unserer Partnerfirma muss man kein Geldkoffer mitbringen und es wird auch nichts angebetet. Also von daher ist es einfach so eine Sache, wo ich mir sage, Leute, ihr seid schräg unterwegs, ihr seid echt schräg unterwegs, geht doch mal auf so eine Veranstaltung oder geht doch mal wohin, wo gute Stimmung ist und guckt euch das einfach mal an und spürt mal am eigenen Leib, wie gut es tut, wenn man in einem Raum ist, wo über tausend Leute sind, die denselben positiven Vibe haben. Und das sind Leute, die einfach, ja, viele von denen sind auch einfach ausgewandert, weil sie auch beschrieben haben, dass sie diesen Vibe in Europa nicht mehr aushalten können, weil sie es krank macht, weil sie es depressiv macht. Und ganz ehrlich, ich kann es nachvollziehen, so wie ich in Bojo auch nachvollziehen kann. Aber auch hier nochmal kurz zur Problematik mit solchen Veranstaltungen. Oftmals verstehen die Leute nicht, also die sind außenstehend, die verstehen erstmal gar nicht, was da abgeht. Die sehen das von außen, Tobias Beck, keine Ahnung, die sehen eine Veranstaltung von uns in Innsbruck und sehen das und kapieren es erstmal gar nicht. So, und dann hören sie irgendwas über 20 Ecken oder mal kurz was auf Google eingegeben, wo sich dann eine Person von 30.000 beschwert hat, weil das so und so ist, ja, oder da kommt irgendeine Führungspersönlichkeit oder irgendein Typ, irgendeine Frau, irgendein Mann, wie auch immer, die was darstellen und dann wird das gleich so verhackstückelt und verwurschtelt und wird gesagt, ah, das hat einen Anschein von einer Glaubensgemeinschaft, ja, weil dann wird diese angehimmelt, dann wird diese Frau hochgelobt, aber wenn man so isoliert betrachtet, ist es halt Humbug, das ist Angst, ja, was für ein Schwachsinn ist das, also, ich kann mich jetzt über Religion viel äußern, egal in welche Richtung, Religion hat in meinem Leben, so wie ich es gerade führe, nicht unbedingt den größten Stellenwert und ich werde den Teufel tun, wie es halt eben jetzt auch im Sprachumgang ist, einer Sekte beizutreten, wenn man überlegt, was für Hollywood-Stars, wie heißen sie, Scientology angehören, und wie viel Geld die da mitbringen müssen, ja, und was die den alles geben, also nicht nur vom finanziellen Aspekt, aber was, also wie ungefestigt bist du in deinem Leben, dass jemand anderes so die Kontrolle über dich übernehmen kann, ja, gibst du gern die Zügel über dein Leben ab, what the fuck, was ist los mit dir, deswegen auch, das hat alles einfach mit Unwissenheit zu tun, mit Angst vielleicht auch ein Stück weit, und das Ganze einfach nicht zu verstehen, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, sage ich euch, wie es ist mir, es ist auch reichlich egal, ihr könnt darüber reden, was ihr wollt, es ist mir auch wurscht, mich ärgert das auch nicht, wenn Leute das so nennen, dann nenne ich es auch so, aber ich will einfach nur damit sagen, geht wohin, sucht euch irgendwie einen Platz, wo einfach positive Vibes sind, egal wo ihr euch wohlfühlt, geht irgendwo hin, wo ihr positive Energie bekommt, weil einfach diese Negativität, die hier draußen, oder die generell herrscht, die ist einfach erdrückend, und ich finde, die macht auch einfach krank, die macht einfach krank, und natürlich kann man jetzt sagen, ja, ganz ehrlich, dann was wollen wir eigentlich noch hier, dann wandern wir auch aus, ja, stimmt auch, ja, gebe ich euch recht, aber nichtsdestotrotz ist doch unser aller Heimatland Deutschland, und es ist doch eine Katastrophe, was hier gerade in diesem Land passiert, ich meine, ich bin hier geboren, und ich bin auch stolz drauf, hier geboren zu sein, und ich bin auch gerne hier, und ich bin hier zu Hause, ich bin in dem Dorf, in dem meine Familie, wirklich, sage ich mal, ein Stück weit groß geworden ist, also das Haus, in dem mein Großvater lebt, das wurde aus den Händen unserer Familie gebaut, schon vor dem Ersten Weltkrieg, also, ganz ehrlich, es ist meine Heimat, und genau das ist auch wieder ein Punkt, klar können wir jetzt sagen, wir wandern aus, aber was ist mit unseren Familien, wir haben ja hier Familie, also Dommers Familie lebt hier, meine Familie lebt hier, wo ist der Sinn zu sagen, klar, uns würde es dann vielleicht besser gehen, wir wandern, vielleicht machen wir das auch irgendwann, ich will auch nicht sagen, dass wir das nie machen, ja, also es ist mit Sicherheit auch ein Gesprächsthema, aber irgendwo will man ja auch bei seiner Familie sein, weil was hast du noch groß wie deine Familie? aber das ist auch mega lame, das ist auch so, so ein Stammtisch, geschwafelt und gelabert, aber wenn es dir nicht passt, dann geh doch, dann such dir doch ein anderes Land, wo es besser ist, ich muss doch ein Land nicht verlassen, dass was besser wird, warum kann die, warum kann die Veränderung nicht hier passieren? Ja, aber der Witz ist, das ist ja genau das, was passiert, also die Leute, die was auf dem Kasten haben, die wirklich intelligent sind, die was schaffen können, die wandern ja aus, also die, die Geld machen, die fünfstellige Beträge verdienen, die sind ja hier gar nicht mehr, 150.000 Leistungsträger jedes Jahr, ich zahle die Steuern nicht, ich will diesen Vibe einfach nicht, ich will was erreichen, ich bin hier immer gedeckelt, ich kann hier keine Position erreichen, ich muss als, sage ich mal, jemand, der mehr verdient, oder wie sagt man die, zu den oberen 10.000 gehört, muss ich immer nur bluten, und ich sage euch was, es ist auch so, es ist auch so, du wirst hier ausgepresst wie eine Zitrone. Also wenn du jetzt nicht wirklich dich Millionär schimpfen kannst, da wirst du gemolken, weil jemand, der Millionär ist, noch darüber hinaus, der schichtet eh sein Geld um und da machen sie aber auch alle mit, da machen die Gesetzgeber mit und die ganzen Lakaien unten drunter, die machen da alle mit, da dürfen wir uns nichts vormachen, aber sobald du zur Mittelschicht gehörst, die obere Mittelschicht, die Oberschicht, wie auch immer, du wirst gemolken und das lassen sich die Leute nicht gefallen. Deswegen haben wir, wie ich es eben schon sagte, wie ich reingerufen habe, jedes Jahr Hunderttausende von Leistungsträgern, nicht Leute, die jetzt versuchen, im Nachbarland eine neue Ausbildung zu beginnen. Leistungsträger sind die, die hier schon was geleistet haben, was aufgebaut haben und ihre Arbeitsleistung in ein anderes Land quasi transferieren und dort weitermachen, weil sie mit den Gegebenheiten hier keinen Bock mehr haben. Guck mal, jeder hat auf Serbien geschimpft, die schimpfen wir alles noch. Aber was machen die gerade in Belgrad, in der Hauptstadt? Die schaffen dort eine, ich sage mal, eine Steuererleichterungszone, die Unternehmen anlocken soll. Die Leute kommen ja, das ist ja ganz offensichtlich, Kleinunternehmen, Mittelständische, die dort anfangen sollen, ihr Geschäft auszurollen und dort die Wirtschaft anzukurbeln. Und die Leute gehen da hin. Ist es nicht in China gerade auch so? Ja. Nee, Thailand, irgendwas war doch da. Ja, Thailand hatte ich auch gestern auf der Veranstaltung gesagt, die geben dir ein Special Visa, wenn du ein digitaler Nomade bist, also online arbeitest, aber auf der Welt irgendwo zu Hause bist, du willst am Strand arbeiten, beispielsweise, die geben dir ein spezielles Visa, dass du dort fünf Jahre auf jeden Fall bleiben kannst als Digital Nomad. Ja, gut, Dubai ist ja sowieso, weiß man ja eh. Aber auch, was der Kollege gestern gesagt hat, die Binnenschifffahrt, was China jetzt mit seinen Werften, mit seinem, die haben sich ja, da haben sie alle zugeschaut. Olaf Scholz hat das aber auch bewilligt, wo er in Hamburg, der Hamburger Hafen, den Chinesen aufgemacht hat. China hat in Afrika sich reingekauft, natürlich durch Monedas, haben sich in Hefen reingekauft. Die werden jetzt so eine Armada ausrollen, Binnenschifffahrt, dass die hier auf dem Rhein, wir wohnen hier in der Nähe, wir sind jetzt direkt am Rhein, dass da die Binnenschifffahrt, also die wird ausgemerzt. Also kann man so sagen, die wird so zum Erliegen kommen, dass selbst da wieder ein Sektor wegbricht. Und das sind aber Fakten, die kommen direkt vom Angestellten, ein höherer Angestellter, der weiß, was abgeht. Und das ist nicht irgendwie, komm in die Telegram-Gruppe und ich wubbel dir was vom Aluhut. Nein, das sind Fakten. Nein, vor allem, keine Ahnung, was die Leute immer denken, was für Menschen, sage ich mal, mit unserer Company arbeiten. Also ganz ehrlich, die, die uns kennen, wissen, dass wir in unserem, sage ich mal, wie soll ich das jetzt nennen, dass wir in unserem Leben viel erreicht haben, dass wir hohe Positionen haben. Und es ist auch so, dass andere Leute das haben. Also der Dommer redet gerade von dem Kollege, der ist Chemie-Meister und hat auch selber 80 Mitarbeiter im größten Chemie-Konzern von Deutschland. Also das sind keine, sage ich mal, oder die eine ist bei der Stadt, die hat eine Position, die ist angestellt bei der Stadt. Also das sind alles ganz normale Menschen, wie du und ich auch, die auch zum Teil wirklich super erfolgreich in ihrem Job jetzt schon sind, aber einfach unzufrieden mit der Arbeitgebersituation, einfach unzufrieden mit der wirtschaftlichen Situation, ja, wie Dommer schon sagt, wo führt das alles hin, gerade im Chemie-Bereich, aber auch einfach vielleicht mit der Arbeitssituation, zwecks Arbeitszeiten, Einsatzort und so weiter unzufrieden sind und das sind Menschen, die sagen, sie suchen eine Alternative und ganz ehrlich, also dieser, in Anführungszeichen, durchschnittliche Deutsche, ich weiß es nicht, Dommer hat es mal gesagt, verdient, glaube ich, so 1,8 netto, oder? Das ist vollkommen, das ist vollkommen, okay, egal, dann hat es jemand anders gesagt, ich weiß es nicht mehr, aber ich sage mal so, dieses Durchschnittsgehalt, ja, das hast du im Network einfach super schnell verdient, ne, also meistens wird ja über die, es wird ja immer drauf rumgeritten, darauf, dass irgendwelche Menschen versprechen, dass man Milliardär wird und das am besten morgen, das ist der größte Bullshit, ja, du kannst es, aber nicht morgen, das ist auch genau wie im wahren Leben, sage ich mal, harte Arbeit und da gehört Fleiß dazu, da gehört Disziplin dazu, da gehört Durchsatz dazu, und da gehört eine gehörige Menge Persönlichkeitsentwicklung dazu, dass man das erreicht, aber ja, man kann das erreichen, aber im Endeffekt geht es doch wirklich darum, dass Menschen sich vielleicht einfach nur 400 Euro im Monat dazu verdienen und dadurch ihr Leben aber um einiges leichter wird, weil sie einfache Rechnungen bezahlen können, weil sie vielleicht auch einfach mal essen gehen können, es geht darum, dass Menschen vielleicht einfach mal locker drei Jahre mit ihrem Kind zu Hause bleiben können, weil sie einfach ein Teilzeiteinkommen locker flockig, ohne großen Aufwand, also ja, natürlich ist es Aufwand, aber eben keine, weiß ich nicht, 80-Stunden-Woche, sondern vielleicht nur, gut, 80-Stunden-Woche ist auch übertrieben, sagen wir mal, keine 20-Stunden-Woche haben für ihre 800 Euro, sondern vielleicht eine 10-Stunden-Woche, ja, und bringen da einfach das zweite Gehalt mit nach Hause und der ein oder andere und ich sage euch was, das ist auch gar nicht so wenige Leute, die einfach ihre, sage ich mal, 1,5, 1,8 netto haben, das relativ schnell und haben aber ein viel entspannteres Leben, weil sie sich ihre Arbeitszeiten selbst einteilen, weil sie zu Hause bei ihren Kindern sein können, weil sie, sage ich mal, ihre Arbeitszeiten einfach um ihren persönlichen Lebensstandard, um den Familienstandard herumplanen, weil sie sich einfach um ihre Eltern kümmern können, vielleicht pflegen können, weil sie sich um ihre Kinder kümmern können, weil sie kochen können, den Haushalt machen können oder einfach das machen können, was sie wollen und ich glaube, über die Menschen spricht man viel zu wenig, man spricht immer über diese, ich sage ich mal, wo die Riesenpositionen haben und es viel verdienen, aber das sind einfach Menschen wie du und ich und die sind einfach happy und die sind einfach glücklich und die kommen an einem Sonntag zu so einer Veranstaltung und freuen sich, dass sie andere treffen, die da auch Lust drauf haben und dass man sich einfach mal vernünftig, positiv austauschen kann. Ja, was ich noch ergänzen möchte, die Leute vergessen schnell, die vergessen auch schnell Polizskandale, die suchen ja immer irgendwo nach den Krümeln und auch was die Branche angeht und was weiß ich nennen, aber die Leute vergessen, Cum-Ex-Skandal, Olaf Scholz, SPD hat gute, also keine guten Zahlen, aber jemand hat die SPD gewählt, er wurde zum Kanzler gewählt, der Mann sagt immer im Fernsehen, dass er von nichts mehr, er hat alles vergessen, so auf die Art, er hat Alzheimer-Demenz, was weiß ich nicht, vergisst das alles, das waren 47 Millionen Euro, die da verschwunden sind, ja, also, ich würde nicht immer so picky sein, wer hier der Schuldige ist, sondern einfach mal gucken, was passiert um uns herum. der Herr Semsrott, der war fünf Jahre im Europäischen Parlament, hat er ja just jetzt im April eine Vorstellung gehabt, ich weiß nicht, ob er es zur Tour gemacht hat, und da hat er einfach mal so vorgestellt, was er so verdient hat im Europäischen Parlament, und er selbst ist ja einfach nur Satiriker und wurde so ins Europäische Parlament gewählt, also, der ist ja kein Politiker durch und durch, ja, allein die Besoldung von 10.000 Euro im Monat, sofern er eine Unterschrift leistet jeden Tag, nur eine Unterschrift, und dann geht er, dann kann er wieder gehen, waren auch 350 Euro netto, die dann in den Statuten heißt, das ist eine Aufwandsentschädigung, ja, aber all diese Gehälter und all diese Aufwandsentschädigungen, die die hier beziehen, die werden vom europäischen Steuerzahler bezahlt, ja, ich denke, da sollte man auch anfangen zu denken, Europa ist für mich auch ein tolles Modell, aber halt eben falsch gedacht, beziehungsweise falsch umgesetzt, aber ich will jetzt auch nicht mehr über Europa reden, aber letzte Woche hatten wir ein bisschen was darüber gesprochen, über unser Rassismus-Ding, was wir so kennengelernt haben, was uns widerfahren ist, aber auch hier nochmal, Durchschnittslohn, letztes Jahr in 2023 war 4.105 Euro brutto, kann zur Branche, kann zur Region und Qualifikation natürlich variieren und die 4.1, die bekommst du ja nicht ausgezahlt, was da brutto wie netto hängen bleibt. 2 wahrscheinlich, ne? Ja, je nachdem, was für eine Steuerklasse du hast, wenn du die 5 hast, hast du eh gelitten, gefühlt, mit der 6 sowieso, Gender Pay Gap, da will ich auch nicht drauf eingehen, wo die Zahlen immer herkommen, aber im Median war der bundesweite Deutschland-Schnitt 3.500 Euro brutto im Monat. Somit, was willst du da, was willst du da großartig bewegen? Ja, aber ich sag mal einfach, wie gesagt, aber man redet über diese Einkommen viel zu wenig, weil die hast du halt im Network einfach, ja, das kannst du dir relativ schnell und relativ schnell, es kommt natürlich auf deinen Fleiß drauf an und wie du da, wie viel Zeit du mit einbringen kannst, aber wenn du da eine gehörige Portion an Zeit mit reinbringst, sagen wir mal 10 Stunden die Woche, dann kannst du in einem Jahr locker bei so einem Einkommen sein, ja, wie gesagt, es kommt immer drauf an, wie fleißig bist du, wie ist deine Arbeitsleistung, also nagelt uns nicht drauf fest, aber nichtsdestotrotz bist du einfach in einer positiven, du befindest dich in einem positiven Umfeld, du hast positive Menschen um dich, es sind Menschen, die was erreichen wollen im Leben, es sind Menschen, die dich weiterbringen, weil jeder macht irgendwo was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und jeder kann irgendwas besser oder hat irgendwo Ahnung, wo du keine hast und man hilft sich einfach gegenseitig und ich kann es nur empfehlen, natürlich muss das keiner und ganz ehrlich, wir achten natürlich auch drauf, mit welchen Leuten arbeiten wir, weil wir natürlich auch unsere Vibes reinhalten möchten, nennen wir es mal so, ja, und das ist einfach aber eine sehr, sehr wichtige Sache, weil, ich sage euch was, diese negative Energie, die macht einfach krank und es ist wirklich erschreckend, wie viele Menschen an seelischen, seelische Leid haben, also einfach, weil sie mit ihrem Leben unzufrieden sind, weil sie vielleicht komplette Existenzängste haben, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Rechnung zahlen sollen, weil sie auf Arbeit so krass gemobbt werden oder einfach so eine negative Stimmung auf der Arbeit ist, dass sie jeden Tag denken, sie verlieren ihren Job, wenn sie nur A sagen, ja, dann vielleicht zu Hause noch in einer unglücklichen Ehe oder vielleicht in einer unglücklichen Partnerschaft oder Probleme mit den Kindern, einfach, weil die Kinder vielleicht auch ein falsches Umfeld haben, egal wie es auch ist, aber das Ganze macht wirklich krank. Deswegen, wir müssen einfach gucken, dass wir wieder positive Vibes einfach in dieses Land bekommen und das schafft man einfach nicht, wenn man sich 24 Stunden nur beschwert, alles schlecht sieht, jeden dumm anmacht, jeden dumm anpöbelt. Im Netz ist es sowieso noch viel schlimmer. Da wird immer mal flott ein Kommentar in die Tastatur gehauen, wo an der Stelle gar nichts zu tun hat. Also ganz ehrlich, ich meine, egal welche Influencer, egal wer irgendwie Content Creator ist, sage ich mal, oder welchen Beweggrund jemand hat, aber in der Regel muss man ja wirklich sagen, dass diese Content Creator versuchen, auf ihre Art und Weise etwas Positives in die Welt zu geben. Egal, ob der eine jetzt, keine Ahnung, Restaurants testet, der nächste sich schminkt, der nächste kocht oder bäckt, ich meine, es ist total egal, aber jeder versucht irgendwie einen Mehrwert in die Gesellschaft zu geben und auch einen positiven Mehrwert. Vielleicht gibt es auch negative Influencer, das weiß ich jetzt nicht, weil die habe ich halt auf meiner 4Unit, ja, aber nichtsdestotrotz ist es doch wirklich erschreckend, dass dann einfach immer wieder, ich muss es so sagen, abgefuckte Kommentare da reingehauen werden, egal, um was es gerade in diesem Content geht, wird immer irgendwie sowas Negatives abgelassen. Ja, aber vor allem, vor allem, es sind jetzt ja oftmals auch keine konstruktiven Kommentare, die irgendwas besser machen, nein, die picken sich was raus, was du gesagt hast oder was jemand gesagt hat und darauf reiten sie herum und wissen eh alles besser, ja, dann kommt wieder der klassische Wutbürger und haut in die Tasten und wird dich wahrscheinlich so beleidigen. Ganz ehrlich, ich habe vorhin, warum auch immer, bin ich bei TikTok kurz rein, um zu gucken einfach, was ich gepostet habe, auf jeden Fall war Petio, wie heißt dieser Typ, Petro Lombardi, war gerade online, ja, und dann habe ich mir einfach mal kurz so zwei, drei Minuten angeguckt, was der da erzählt beziehungsweise was da für Kommentare kommen, weil mich das ja immer interessiert und sogar der hat nur abgefuckte Kommentare bekommen. Tja, so, äh, du erzählst gar nichts und äh, ich mag das nicht, wenn Leute live sind und antworten nicht gleich, äh, ja, keine Ahnung, wofür Leute da jetzt was reingeschrieben haben, der kann ja jetzt auch nicht so schnell lesen, ja. Total, total, total beschränkt, total beschränkte Vorstellungen, Verhaltensweisen im Internet, dann heißen sie User, dann verstecken sie sich hinter ihnen Synonym. Ja, das ist ja der Lust, das Lustige, die meisten sind ja User, genau. Genau, sind dann total anonym, ähm, und dann kriegen sie die Klappe nicht, also, ne, 100 Prozent, wenn du sie im Real Life treffen, würden sie gar nicht die Klappe aufkriegen, gar nichts, ja, da, wahrscheinlich werden sie noch eingeschüchtert und dann haben dann, also die so kleine Klicker, ne, Klicker, ah ja, ne, also so viel dazu. Ich bin für mehr Good Vibes statt Bad Vibes, das bringt alles nix, bringt uns halt vorwärts, das bringt uns nix, jedes Mal zu lamentieren, was schlecht ist, sagt, was gut ist, ähm, weißt, wisst zu schätzen, was ihr habt, ähm, seid dankbar für das, was ihr habt, alles andere kommt noch, vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber im Endeffekt kannst du dir alles erfüllen, oh, jetzt kommt da wieder so eine Esoterik, bla bla bla, Motivationskursch, ist aber so, ja, ähm, aber dieses ganze Gelaber, wie schlecht alles ist, macht es halt eben nicht besser. Ja, vor allem verbringt Zeit mit euren Familien, mit euren Ängsten, mit euren Liebsten, und vor allem, so kostbar. hört euch auf, hört euch auf, ähm, freiwillig zu sedieren, sei es über Alkohol oder sonstige zugängliche, ähm, äh, Substanzen, die ihr euch besorgen könnt, weil das lenkt einfach nur ab. Die Jenny hat es anfangs gesagt, Zuckerbrot und Peitsche, die Römer gaben euch Spiele, ja, dass ihr euch ablenkt, so läuft das auch hier in der modernen Zeit mit unserer Fußball-EM, mit der Legalisierung etwaiger Substanzen, ähm, seid ein bisschen schlauer, fallen wir drauf rein, ja, wir waren alle mal berauscht, ja, haben alle mal einen über den Durst getrunken, wir kommen aus einer Weinregion, aber irgendwann sollte man verstehen, dass das nicht der Weg ist, sondern dass diese Probleme, die man vermeintlich hat, immer wieder kommen, wenn man auch wieder im nüchteren Zustand ist. Und vor allem, wenn ihr Vierbeiner habt oder keine Ahnung, auch Tiere, äh, dann guckt euch einfach mal eure Tiere an, guckt mal, wie wenig die brauchen, um glücklich zu sein, kümmert euch um die, nehmt euch Zeit für eure Tiere, die sind sowieso viel zu kurz auf dieser Welt und nehmt die einfach mal in den Arm und guckt einfach mal, was so ein Tier euch geben kann, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ganz ehrlich, euer Tier liebt euch über alles, ja, und das gibt so viel, wenn man das einfach mal in den Arm nimmt oder streichelt oder einfach nur mal, wenn man Hund hat, Gassi mit dem geht, wie der sich freut, das ist für den bedeutet, dass die Welt, ähm, so ein, ich sag mal so, das Tier hat auch nicht 24 Stunden schlechte Laune, außer es hat vielleicht gerade auch welche Beschwerden oder ist müde, ne, ähm, deswegen genießt einfach die kleinen Dinge im Leben, weil ganz ehrlich, egal wie es ist, wir können alle dankbar sein, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben was zu essen, wir haben genug Kleider, wir haben, sag ich mal, den Luxus, uns über Luxusthemen zu beschweren, also egal, über was ihr euch beschwert, das ist ein Luxusproblem, es gibt Menschen, die, die haben Probleme wie wirklich kein Dach über dem Kopf, die haben nichts zu essen, die haben keine medizinische Verpflegung und haben einfach, keine Ahnung, Angehörige, die vielleicht gerade sterben oder sterben, ja, also wir haben wirklich, wir sind nicht am, wir sind nicht, wir leben nicht an dem Punkt, dass wir sagen müssen, wir haben Angst um unser Leben, egal in welche Richtung, also deswegen, alle Probleme, die wir haben, sind Luxusprobleme und wenn du gesund bist, dann ist sowieso alles andere Luxusproblem, weil Gesundheit ist einfach alles, deswegen, ein bisschen positiver denken, ein bisschen mehr Dankbarkeit für das, was man hat. Right. Und schaut, was ihr konsumiert, was ihr in der Medienlandschaft konsumiert, so, dass ihr halt eben nicht immer nur diese negative Influence habt, dass ihr euch negativ beeinflussen lässt, nein, ganz im Gegenteil. Und deswegen unser Motto der Woche, positive vibes. die good vibes, genau, überhaupt in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da, ein konstruktives Kommentar, natürlich, ja, wir sind hier keine Professionellen, wir haben hier kein professionelles Studio, ja, ab und zu hapert das hier mit dem Ton, Abonnieren, nicht vergessen, teilt das Ganze, wenn euch das gefallen hat, ansonsten euch allen noch eine schöne Woche, einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze gehört habt und bis dahin, ciao. Ciao.